hey leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen display auf meinem kanal und zwar the forest und ja ich würde sagen wir fangen mal einfach ein spiel an zack neues spiel ja wir spielen das ganze auf normal ich glaube ich werde dann in zukunft so was rausschneiden ladebildschirme weil die dauern recht lang je nachdem wie viel man gebaut hat auf der map ist dann dauert es noch einige zeit länger na los mach schon aha erst mal in urlaub fliegen hey junge was schläfst du gib mir dein buch für timmy alles klar survival oh shit oh nein wir stürzen ab was ist hier los ich halte dich fest mein junger ich halte dich fest halt dein spielzeug fest los jahre aber junge arme junge boi der rote mann ja los nimm den jungen nimm ihn es ist okay für mich nimm ihn aber ich werde ihn wiederholen vielleicht wahrscheinlich hoffe ich fülle ich bin voller blut das gibt es ja nicht da kommt nehmen wir das war erst mal zu futtern die dosen er kommt gibt das her das nehme ich hier gibt das her das nehmen wir auch okay man guckt sich das gerade nicht an auch in ordnung ja gibt mir die axt gibt mir das essen das nehme ich auch mal gucken haben wir jetzt noch irgendwas da ist noch was zu essen kommen nehmen wir das trotzdem mit okay gut ja ich weiß ich kann mir da von der den anzug holen aber ich will nicht zack immer raus hier auf nehme ich was haben wir hier ernsthaft die koffer kann ich nicht öffnen was das für ein scheiß ein bisschen stoff ein bisschen stoff hier war noch koffer komm her sehr gut sehr sehr gut so da haben wir noch ein paar stickys die können wir auf jeden fall rennen geil beide auf wunderbar mal gucken wo bin ich denn hier gelandet oh oh das ist das ist super nice ja ja okay gut dann kann ich auch direkt hier oben bleiben bei denen können wir uns direkt das katana holen können wir uns direkt das katana holen das ist super so gehe hier runter hopp hopp netter see jetzt muss ich nur kurz gucken wo hier der eingang war warte mal blätter kommt das her er ist immer aus der puste der kleine jung überlebens handbuch brauche ich nicht wirklich hier unten war das hopp hopp gehen wir hier runter da sind ein paar kaninchen muss gerade echt den eingang wiederfinden eigentlich müssten wir jetzt genau hier sein wo die höhle ist das katana ja doch das müsste hier sein ah siehste ich wusste das so dann können wir hier direkt reingehen let's go wird geladen so feuerzeug an zack und runter der jung ist immer aus der puste durchgehend das war nicht normal los geht und runter herunter in die höhle tüpp 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 tü fast geschafft jo die haben nämlich auch ordentlich stoff und so n scheiß nehmen natürlich alles mit oder auch nicht hier hier stoff schädel stoff das her wir haben ein spielzeug teil da haben wir ein bild da war auch noch ein bild natürlich alles mit gut schädel sind wir voll hoch hier also ich werde jetzt gleich auf jeden fall an dem mutanten da vorbeilaufen werde ich mich gar nicht drum kümmern um den zack zack hopp hopp die 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 lohf jungler lauf 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 alle aber ein 00 fast dass du fast da wir haben fast geschafft kommt das ist natürlich mal wunderbare position weiter anfang hätte ordin als Lemker gefunden wunderbar sie werden die ganze dom場 gibt es hier mit einem Das nehmen wir natürlich auch mit. Hier haben wir noch ein bisschen Stoff. Da können wir noch mal was futtern. Da ist noch eine Dose. Hier haben wir noch mal ein paar Pillen. Gut, das ist auch voll. Ja genau, machen wir das an hier. Das nehmen wir auch. Gib das her. Ich hab die gerade auf jeden Fall gehört. Gut, hier rum. Zack, zack. Noch ein bisschen was zu saufen für uns. Wunderbar. Okay, mehr können wir nicht mitnehmen. Taschenlampe, das Ding. Äh, das her. Gut, dann müssen wir uns ja eigentlich bald auch denn darum kümmern, dass wir dann die Map und sowas kriegen. Das schaffen wir aber wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. Let's go. Mach das scheiß Licht an. Ich will mich nicht direkt mit hier Galoppelhainz oder so anlegen. Nicht in der ersten Folge. Okay, der wird jetzt gleich hier wahrscheinlich auf mich zukommen. Oh oh. Lauf, Junge, lauf. Wow. Tschüss. Keine Lust auf ihn. Huh. Alter. Huh. Dann haben wir das auf jeden Fall direkt geschafft. Hey. Na ja, Schädel kann ich nicht mitnehmen. Guck mal, dann können wir hier direkt nämlich wieder raus. Huh. Na los. Raus in die Freiheit. Ich bin natürlich aber jetzt am überlegen, gehen wir direkt ins Kannibalencamp und holen uns noch gleich die Map. Hmm. Oder machen wir das in der nächsten Folge. Ich glaube, die Map holen wir uns in der nächsten Folge. Und wenn wir da natürlich weiter reingehen, kriegen wir auch die Axt. Aber die Frage ist jetzt, will ich die Axt jetzt schon... Ja. Auf jeden Fall, wir holen uns dann in der nächsten Folge, würde ich mal sagen, die Map. So, hopp, hopp. Raus hier. Wupp. Na, das Ding kann weg. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Gut, bis jetzt sind noch keine Dinge. Ja, ich weiß, das ist alles... Pam, 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 pam. Äh, wie viele habe ich? 29 habe ich davon. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, nicht viel, nicht viel. Aber wir können trotzdem... Nein, halt. Ich brauche erst... ein Seil. Zack, zack, zack. Bam. Auch wenn ich noch keine Pfeile jetzt habe. Aber dann haben wir das trotzdem schon mal. Äh, dann nehmen wir noch mal zwei Sticks. So. Und dann würde ich sagen, holen wir uns mal ein paar Sticks hier. Hup, hup, hup. Let's go, let's go. Sticks holen. So, ja, Häschen. Es läuft weg. Wohl, warte mal. Ich kann ja auch das Ding benutzen, ne? Hopp. Siehste, dann haben wir schon mal direkt Lizard-Skin. Ein Lurch-Skin und ein bisschen Zeug. Wunderbar. So. Den hauen wir mal direkt da drauf. Den haue ich mal nach unten. Und dann holen wir uns hier doch schon mal noch mal ein paar Sticks. Weil die brauchen wir auf jeden Fall. So, gib das her. Hopp, hopp. So, dann sind wir voll an Sticks. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ah, ha, ha, ha. Ich muss auch noch Steine mitnehmen. Brauche ich auf jeden Fall auch. Dann gib das her. Drei. Drei. Hier haben wir noch einen. Zack. Und den nehmen wir auch mit. Ja, okay. Wir sind voll. Hm. Da sind wir ja schon voll damit. Das ist aber nicht so nett. Nein, nein. Aber wir können natürlich eine ganze Stunde ausnutzen. Schon mal das erste Rüstungsteil anlegen. Müssten wir dann auch gucken, wo wir bauen wollen und so. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Hopp, hopp. Na los. Lauf hier lang, Junge. Ähm. Ja. Hopp, hopp, hopp. Ey, Junge. Was ist da los? Eigentlich bräuchten wir Kaninchen, aber dafür brauche ich Vogelfedern. Aber leider ist hier gerade kein Vöglein, was hier landet. Wir brauchen auf jeden Fall. Ja, wir können uns auch anderes Zeug holen. Ich weiß noch nicht genau, wo das war. Auf irgendeinen dieser Erhöhungen sind auf jeden Fall die modernen Pfeile. Gute Frage, gute Frage, gute Frage, nächste Frage. Oder wie war das? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, das war es dann erst mal für die erste Folge. Mal schauen, wie ich das mache. Entweder kommen zwei Folgen die Woche hiervon oder je nachdem, wie viel ich es aufnehmen werde oder Zeit dafür finde. Na ja, auf jeden Fall sind geplant zwei Folgen pro Woche von The Forest. Ähm, ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne kostenloses Abo bei mir. Und ja, wir sehen uns dann schon bald zu einer neuen Folge von The Forest wieder. Gehabt euch wohl, ciao mit V. Ciao. Ciao. Ciao.